Wenn nicht alles ganz richtige Worte gemacht ist, das liegt daran, dass ich ein Sprachsystemproblem nach einem vor vier Jahren standen Schlaganfall. Und der macht das schon ganz durcheinander. Aber trotzdem hoffe ich, dass es uns ein bisschen versteht, was ich sagen wollte. Erinnert euch noch von dem letzten zwei und dritter Teil? Ein Freund Uli, der hat das alles so ein bisschen durcheinander erst gekriegt und dann wurde es aber wunderschön und sortiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ob die DAX irgendwann ganz genau funktioniert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Struktur von Uli wird immer besser und dort hat er einen kleinen Schaltplan nochmal gemacht. Und wir haben gemeinsam gemessen, wie wir den wunderbar so vorbereitet haben, im Zündschloss zum Beispiel, wie das Licht funktioniert und das CDI und der Deklar mit den Kabeln verbunden wird. Es ist ganz einfach, von der Batterie ist wichtig, dass wir Sicherungen haben und die Sicherung zum Zündschloss geht dann das Kabel in Rot-Weiß zur nächsten Sicherung und dann geht es rauf zum Lichtschalter und später zum CDI. Das sieht ja jetzt so richtig gut aus und wenn man die Batterie einschalten würde, dann funktioniert sogar das Licht. Also, ganz tolle Kabel sind im Tiefen und dann in der Tiefe sieht man dann die ganzen Stecker und hier ist das der Regler hier hinten in Silber und hier vorne ist dann das CDI-System, was verbunden ist. Musik 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 Musik